Willkommen zurück auf Konkurrenzlust TV. Im heutigen Video zeige ich dir fünf verschiedene Dinge, die der Instagram-Algorithmus gerne sieht und deswegen deine Reichweite nochmal erhöht. Der Instagram-Algorithmus sieht es generell gerne, wenn die Nutzer auf deinem Profil oder auf deinen Beiträgen sehr viel Zeit verbringen und dort interaktiv sind. Deshalb ist es beim Posten von Feedbeiträgen sinnvoll, Beiträge mit einer Swipe-Funktion einzubauen, also einen Beitrag mit mehreren Bildern im Karussell einzubauen. Scrollen die Nutzer durch dein Karussell und schauen sich alle deine Beiträge an, dann erkennt das der Instagram-Algorithmus und sieht das sehr gerne. Eine weitere Sache, die der Instagram-Algorithmus gerne sieht, ist, wenn die Nutzer deinen Beitrag über das Fähnchen speichern. Dies ist ein Indiz dafür, dass die Nutzer deine Beiträge interessant und informativ finden und auch für die Zukunft bei sich in dem Ordner gespeichert haben. Des Weiteren solltest du, wenn du Kommentare unter deinen Beiträgen erhältst, wirklich auf jeden einzelnen Kommentar eingehen und eine Antwort zurücksenden. Denn dadurch entsteht eine Interaktion zwischen dir und deinen Nutzern, dadurch wird nochmal Vertrauen und Nähe aufgebaut. Die Nutzer kommen vielleicht nochmal wieder auf deinen Kanal und fangen sogar vielleicht an, dir zu folgen. Ein weiterer Punkt, der sich positiv auf deinen Instagram-Algorithmus auswirkt, ist das Kommentieren anderer Beiträge von anderen Nutzern. Sei also auch aktiv auf den Seiten anderer, schreib Kommentare, like diese Beiträge und speichere auch hier und da mal interessante Beiträge anderer Nutzer auf Instagram. Auch das Posten von Reel-Videos auf deinem Instagram-Kanal wirkt sich positiv auf den Instagram-Algorithmus aus und führt dazu, dass du langfristig auch bei anderen sichtbarer wirst. Wieso das Ganze so ist und warum Reels auf Instagram mittlerweile so wichtig sind, das habe ich dir in einem anderen Video nochmal genauer erklärt. Und da gehe ich nochmal tiefer auf das Thema Reels und die Hintergründe im Algorithmus drauf ein. Schau also gerne bei diesem Video vorbei, dass ich dir hier oben nochmal verlinken werde. Eine weitere positive Sache, die du tun kannst, ist unseren YouTube-Kanal auf dem roten Button unten kostenlos zu abonnieren. In der Infobox findest du noch weitere Informationen und Kontaktdaten zu unserer Social-Media-Agentur Konkurrenzlos GmbH und zu unseren weiteren Social-Media-Plattformen, in denen wir sehr auch lustige und interessante informative Videos vorbereitet haben.